In Pilgasse in Matersburg gibt es noch Baugründe und unsere Bürgermeisterin Gris Salomon werde uns erklären, was von einer und für wen. Ja, es ist ja so, dass es um Matersburg für uns natürlich wichtig ist, dass wir auch Einfamilienhäuser hier Bauplätze anbieten können und es hat die Stadtgemeinde Matersburg alles möglich hier einen Grund zu kaufen und wir haben hier über 30 Bauplätze in der Pilgasse und es sind noch circa sieben frei. Also wer Interesse hat hier einen Bauplatz zu kaufen, er kostet 88 Euro pro Quadratmeter aufgeschlossen, kann sich jederzeit bei der Stadtgemeinde Matersburg melden und diesen Plan hier ansehen und einen Bauplatz aussuchen und dann kann das noch im Jänner verkauft werden. Würde mich freuen, wenn sich, so viele haben sich schon gemeldet, einige noch Interesse haben und hier einen Kunden der Stadtgemeinde Matersburg zu kaufen. Das werden wir mehr weiterleiten und jetzt zeigen wir die Plan. Zu erwähnen ist aber noch, dass diese Bauplätze mit Bauzwang sind, damit man ja mit den Grundstücken nicht wirklich spekuliert. Das heißt, es muss innerhalb von sechs Jahren gebaut werden. Als� wird das ist das ist das ist das ist Untertitelung des ZDF, 2020